Yo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal, hier auf Julex. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wie bereits am Freitag im Eventwochenvideo angekündigt, gibt es heute das kleine Ergänzungsvideo zu den Sachen, die Rockstar Games bis dahin leider auf dem Newswire-Post noch nicht veröffentlicht hatte. Dabei geht es zum Beispiel um einen ziemlich fetten Geldbonus und einiges mehr. Bevor es nun aber losgeht, möchte ich nochmal ankündigen, dass ich heute um 19 Uhr einen fetten Livestream starten werde. Mit dabei sind noch ganze drei andere YouTuber, darunter auch Fragnath, den ihr ja noch aus den Red Dead Redemption 2 Zeiten vielleicht kennt. Und wir werden eben zu viert den Strategie-Klassiker schlechthin zocken, und zwar Stronghold Crusader HD. Schaltet auf jeden Fall ein, der Link zu dem ganzen Livestream ist auch nochmal in der Videobeschreibung. Ansonsten kommt einfach über meinen Kanal drauf. Aber jetzt haben wir auch genug rum erzählt, lasst uns doch jetzt direkt mal mit dem eigentlichen Video starten. Let's go! Im Prinzip habe ich auch gar nicht viel zu ergänzen, außer, dass Rockstar Games einen fetten Geldbonus raushaut und dass es eben drei neue Premium-Rennen gibt. Aber eins nach dem anderen. Wir bekommen diese Woche nämlich zunächst erstmal einen fetten Geldbonus in Höhe von 250.000 GTA-Dollar. Was müsst ihr machen, um diesen zu erhalten? Ihr müsst einen Nachtclub besitzen und dort bis zum 5. Juni eine Verkaufsmission abschließen. Das Ganze ist relativ einfach. Ihr geht einfach an den PC in eurem Nachtclub und dort findet ihr dann die Verkaufsoptionen. Sucht euch da irgendwas raus, verteilt es kurz und fertig ist. Eine ganz nette Bezahlung mit 250.000 GTA-Dollar. Den Bonus erhaltet ihr dann zwischen dem 6. und dem 12. Juni gutgeschrieben. Kommen wir jetzt auch noch zu der zweiten Info für dieses Video und zwar den Premium-Rennen. Vom 31. Mai bis noch zum 3. Juni läuft das Premium-Rennen Stiefel auf den Boden und das Ganze ist nur für Motorräder. Und wenn ihr schon mal üben wollt für das Premium-Rennen vom 4. bis zum 5. Juni, dann heißt dieses Innenstadt-Dschungel und das Ganze ist nur für Supersportwagen. Premium-Rennen sind übrigens eine super Möglichkeit, wenn man gut ist in Rennen, dort ordentlich Kohle zu machen. Also Leute, wenn ihr gut seid in Rennen, fahrt Premium-Rennen. Da könnt ihr bis zu 100.000 GTA-Dollar in einem Rennen gewinnen. Das ist schon mal eine ganz schöne Hausnummer. Wie auch immer Leute, das war im Prinzip jetzt auch schon die gesamte neue Eventwoche. Ihr wisst ja, das Ganze war nur das Ergänzungsvideo zu den Sachen, die Rockstar Games am Donnerstag leider nicht veröffentlicht hat. Und die eigentlichen Sachen wie Rabatte, Doppel-Geld, Doppel-RP-Mission etc. etc. bekommt ihr dann eben in dem eigentlichen Eventwochen-Video von Freitag zu hören. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt sie einfach in die Kommentare. Vielleicht können ja andere Zuschauer oder ich euch diese beantworten. Und an der schämme ich eigentlich auch schon wieder raus. Wir sehen uns gleich beim Livestream. Haut rein. Bis bald. Und Peace. Outro 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 Outro